Aber irgendwie... Ach, da ist ne Tanke! Jo. Dann kann ich ihn ja mal schreiben. Pfff... 600... 699. Hahaha! Ok, wegen der Verlegenheit geht, dass er schreiben kann, ey. Hallo! Ja, da steht's ja wirklich, oder? Nee, noch nicht. Hallo! Ja, ne, heute... Das ist ja ein neues Spiel. Oh, Achtung! Jetzt mag er mich nicht mehr. Wahrscheinlich hat er sich supersetzen lassen. Ich hab den Kerl schon früher mal gesehen. Doch er ist längst... Ich hab euch zum Schluss. Will nach Süden. Will endlich nach Haus. Anwalt sein. Ich hab den Kerl schon früher mal gesehen. Doch er ist längst... Halbgeist... 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 Ach, schnell! Ach, ich gehe es nach Anything quell! Alter, mach das bitte seinen Zileid rein. Bitte, bitte witz! Hahaha... Oh Gott... Warum ist das denn?! ich schaue ich bin ich bin ich bin ich bin auch Multiplayer überwärtsschuld ach nein ich bin Alter Ich dachte, ich brauche Alkohol, um lustig zu sein. Nein, wir brauchen nur ETS-Spieler, da sind die besten Leute dabei. Bist du noch hinter mir? Ja, aber egal, ich habe gerade super lauter Lachen nicht richtig den Fuß auf den Pentei gekriegt. Ich brems noch ein bisschen runter, damit ich dich nicht verliere. Dahinten bist du ja okay.